Servus und Weidmannsheil. Wir sind hier in Niederösterreich auf einer Jagd eingeladen. Wir haben zwei Jagdtage in Abstand ca. von einer Woche. Wir bejagen hauptsächlich Schwarzwild, also eigentlich Frischlinge, bis 30, 40 Kilo. Und dann hat jeder Schütze noch einen reifen Keiler frei. Außerdem hat jeder Schütze auch noch ein Stück Rehwild und Dammwild frei. Also schauen wir mal, was geht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018